Hast du noch, Rampo? Oder brauchen wir jetzt erst wieder Holz? Ich hab kein Wasser mehr. Wieso hab ich kein Wasser mehr? Ist wieder alles ausgelaufen. Zeit, dass wir irgendwann Gläser kriegen. Die laufen wenigstens dann einfach aus. Ich glaub, einen Beutel zu füllen macht eh. Oh, scheiße! Was? Das Verpfeifen war hier keine gute Idee. Was haben sie? Was? Kommt erstmal mit ihr zwei. Du schweigst und schlafen sie. Das sind halt alle, ne? Ja. Nicht nur die vier. So, dann hol ich den auch mal noch. Halt. So. Komm her, Spike. Schön. Sind sie drin? Ja. Die Herzchenkrieger sind unterwegs. So, dann mal kurz warten. Ich muss nämlich ein klein wenig was zu essen für mich noch mitnehmen. Ich hab nichts mehr. Kein Fleisch, das ich braten könnte. Ich muss mir dann höchstens Beeren mitnehmen. Das wäre sogar eine Idee. Ich hol mal einen Schwungbären. Ich hab noch Narko-Bären. Ich bin fast überladen mit den ganzen Beeren. Gut, ich hab auch noch ordentlich Halt dabei. Müsste ich vielleicht mal ablegen. So, Halt weglegen. Das weglegen. Äh, ein bisschen Holz noch mitnehmen. Mach ich jetzt auch einfach mal da rein. So. So. Soll ich dir hier mal ein paar Bären trocken? Das wäre nett genau. Da liegt die Bären. Da liegen sie. Hier. Da. Da. Genau. Da. Ah, da liegen sie. Diese Bären. Ja. Komm. Komm. Bleib Fuß. Ah, ich hab sechs Stimberries dabei für die Bären. Ich hab 14 Stimberries dabei. Da gucken sie uns an. Da gucken sie mich an, was er gesagt hat. Ich hoffe, sie haben wirklich genug Fleisch. Vielleicht, dass sie mich auf die Art und Weise angucken. So, dann müssen wir aber jetzt vorsichtig sein. Damit wir nicht zu viele auf einmal hier locken. Ich bleib mit der Armee ein bisschen hinten, du lockst dann irgendjemanden zu mir, ne? Ja gut, ein bisschen Licht bräuchte ich schon, ne? Ja klar. Warte, warte, warte auf mich. Jetzt siehst du, was ich davon halte. Sag mal, da oben hab ich kalt gehabt, hier hab ich heiß. Soll ich? So, die Armee steht oben. Kannst du mal was anschießen? Sie kommen. Schon unterwegs. Stehen sie dann auch auf Attack. Au. Na toll, you killed the Onyx mit einem Schuss. So, dann wären sie gleich mal ausgenommen. Dann haben wir doch genug Futter für unsere. Gucken wir mal grad, wie es denn bei denen aussieht. Du hast 8 dabei. Das reicht. Du hast auch 8 dabei. Du hast gesagt, du hast jedem 9 mitgegeben, ne? Ja, dem einen hab ich jetzt nochmal ein paar reingepackt. Weil, was soll ich das halten? Kannste jetzt eh nicht braten, roh ess ich's nicht. Oh jo. So, dann die nächste Tour bitte. Ich mache Licht. Könnte jetzt sein, dass da mehr auf einmal kommen. Betroffen? Ich weiß nicht, wie viele kommen. Das passt schon. So, nächste Tour. Und die Ecke sind so. Die hängen da fest. Komm. Au. Au. Hat meine Rüstung kaputt gemacht, der Sack. Ich treffe ihn nicht. Die haben ihn getroffen. Inventory hat der aber nix. Schon tot? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo er liegt. Vielleicht schon gefressen. Hey Flauschi, wo rennst du denn rum? Oh, Access Inventory. Oh. Ein paar Pfeile. Speer. Stonepick. Ein Narcotic Pfeil. Okay. Wo gehen wir jetzt lang? Oh. Okay. Äh. Lava. Lava? Lava ist nicht schön. Wow. Das leuchtet. Halleluja. Lichteffekte sind schon heftig. Ich könnte wett... Oh! Spinnen. Ist tot. Da kommen noch ein paar. Ich glaub, die sind trotzdem nur ein Snack für unsere vier da. Die sind fast schon übermächtig. Ich seh bei denen im Inventory gar nix. Selbst wenn da steht Access. Da ist noch eine. Da kommt noch eine hinter ihr. Okay. Ich hab nen Totenk... Och nee. Ich leg mich gleich schlafen. Okay. Wenn das so ist. Au. 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 Ich komm hier ohne. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich hab auch das Problem. Ich schlafe. Boah. Ähm. Ich werd grad niedergemacht. Ich lieg aber auch. Tut mir leid. Bin auch betäubt. Unsere Armee macht das. Ja genau. Die machen das. Ähm. Ich bin fast tot und schlafe noch ewig. Ja. Ich kann ja auch nix machen. Oh. Jetzt werd ich angegriffen, oder? Na nu. Ich sehe was. Aber das was ich sehe gefällt mir nicht. Ich seh nix. Ich sehe zwei Skorpione gegen die Wand laufen. Ich weiß, dass ich gleich verhungere. So lange wie ich hier liege. Das gibts nicht. Ich verhunger tatsächlich. Ich hab dich gefüttert. Hilft dir das? Äh. Ja. Mein Futter geht hoch. Und das nicht wenig. Oh. Ist das süß. Ich hab dich gefüttert. Mit Stimberries anscheinend. Weil Tauppor ist auch ganz schön runter. Beides. Mit Fleisch und mit Stimberries. Das Problem ist, ich kann die Tiere nicht, äh. Wooten. Geht nicht. Kriegt nix raus. Ja, ich spinne gleich wieder hoch. Ich war mir gerade unschlüssig, ob ich zuerst dir helfen soll, oder mir Stimberries reinzischen soll. In dem Moment war die Überlegung dann schon gegessen, weil das Gift schon gewökt hat. Äh, bei dem kann ich auch nix machen. Nö. 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 Unten leuchtet's grün. Das seht ihr mal. Hier sind noch Fledermäuse um die Ecke. Bei dem konnte ich wieder. Wie sieht's denn mit, äh, dem Leben unserer Dinos aus? Ganz gut eigentlich. Die sind noch bei bester Gesundheit. So, Herzchenkrieger. Jetzt geht's weiter. Ähm, ich hab noch kein Leben, so wirklich, ne? Na dann bleib doch hinten, die machen das. Du musst nur mit nem Pfeil drauf schießen. Oder ich, ich pfeif damit sie mir folgen, dann geht's auch. Ja, das geht schon, aber ich muss halt, ich kann nicht leuchten und pfeile gleichzeitig. Das wechselt so langsam. Vorsicht. Oh, oh. Wo ist denn die runtergekommen? Gute Frage. Ich hab mir nochmal eine gefangen. Was war das? Spinnen. Da war doch was für Spinnen. Outsch. Oh, oh. Warte mal. Kannst du die looten? Okay. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß nicht, wo sie sind. Das war einer? Was waren zwei? Das sind die, die man nicht looten kann, ne? Das hat weh getan. Ich hab schon wieder kein Leben. Dann gib doch mir mal die Kontrolle über die da. Wenn ich die anschieß und sie folgen dir, nutzt das überhaupt nichts. So. Du könntest ja auch mal warten. Oh, ich, äh, ist egal. Also ich brauche einen Moment, um keinen Kampf zu gehen. Noch einmal und, äh, das war's mit mir. Sollen wir da wieder hochgehen? Außerdem, ich hab grad ein Level-Up, sehe ich gerade. Wie, ich dachte, beim Level-Up haltet man sich. Ne. Das war gerade Sarkasmus. So, jetzt muss ich mal grad gucken, was ich denn da jetzt, äh, hübsches lerne. Wie wär's denn mit dieser Large Storage-Box? Ja. Wenn's sonst nichts Sinnvolleres gibt. Parasaurus-Sattel? Na gut, die Sättel machst du ja. Wie sie einem hinterher gucken. Wasserreservor? Wasserreservor? Ne, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich regeneriere mich wenigstens langsam wieder. Ach, dafür brauche ich die Storage-Box erst noch? Hatte ich die nicht? Na gut, dann sind was das mit den Punkten. Storage-Box und Large Storage-Box. Ach, 20 Fiber brauche ich dafür zum Reparieren. So, wie's sieht's aus, da liegt noch was Totes. Wird ja interessieren, was da so grün leuchtet. Alter Schwede, sind das viele Fledermäuse. Ach du Scheiße. Und? Zwischendrin auch noch Skorpione. Hm. What? Was? Was? Wo war grad vor dem Thema Skorpione sprechen? Lauf, da ist noch einer. Ich kann nicht laufen. Tod. Oh. Was? Die sind alle vier gekillt worden? Was ist denn der Ernst? Einer Skorpion? Kaum gib mir die einmal die Kontrolle. Ich weiß auch nicht, irgendwie kam der von, äh, wo kam der? Ach, der hat die runtergekickt wahrscheinlich. Oder? Das war direkt an der Klippe. Das kann gut sein, wenn der die trifft und dann fallen sie runter. Oh man. Ich glaub wir müssen gleich nochmal ein paar Zäben gehen. Nee. Ich hab mich verlaufen. Nicht gut. Das ist echt ein Problem. Ist das der richtige Weg? Ja, sieht gut aus. Hast du mein Zeug mitgebracht? Bist du verrückt? Da waren noch zwei Skorpione. Was war hier? Alles muss man selbst machen. Ei, ei, ei. Lass mal was essen. Tatsächlich, da ist ein Skorpion. Ich hänge fest. Warte, da helfe ich dir. Das war gerade merkwürdig. Ich helfe dir noch in deine Sachen zu kommen. Ich bin schon unten. So, hab alles. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommst du nochmal hoch und wir... Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der eine Skorpion, die alle vier ganz normal gekillt hat. Da muss irgendwas passiert sein. Ich denke mal, der hat sie wirklich ein bisschen glücklich getroffen und die sind die Klippe runtergefallen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist natürlich schade, weil das auch jetzt unser ganzes Fleisch war, ne? Nicht nur das, was ich da von den Viechern gekriegt hab, hab ich auch in die reingemacht. Das setzt uns nochmal auf null zurück. Ja gut, dann müssen wir jetzt nochmal welche zähmen. Ja gut, wir wissen jetzt wie es geht. Ja, das können wir dann auch nebenher machen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir jetzt auf jeden Fall am Ende einer Folge sind, beziehungsweise am Ende mehrerer Folgen sind, am Ende dieser Aufnahmesession sind. Wieso hab ich gerade einen Trank Error gekriegt? Ja, den hab ich gerade hier in die Kiste gemacht, den einen. Ich hatte auch einen. Ne. Okay. Ich dachte, ich hab das Inventar der Kiste mit meinem Inventar verwechselt. Das erklärt einiges. Und ja, ich denke wir werden uns nur mal ein paar Dilos zähmen und dann gibt's Revanche. Das lassen wir so nicht auf uns sitzen. Genau. Jedenfalls, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Erstmal die ganzen Bären noch futtern her. Erstmal die ganzen Bären noch futtern her. gonna so gut durch. Dannゃ auf den Schritt aus. keine SBS von Druck. Jetzt admissions sind die ganzen ..."